Herzlich willkommen im Namen von TUI Cruises zur Taufe, zur großen Taufe und einen wunderbaren Tag zur Taufe von Mein Chef 3. Schön, dass Sie alle da haben. Ich begrüße Sie herzlich den Vorsitzenden der Geschäftsführung von TUI Cruises. Hier ist Richard Vogel. Ganz besonders die schönste Stadt der Welt, Hamburg. Und dieser Tag gilt heute der Mein Chef 3 und unsere Tauchpartin Helene Fischer für den Donnerstag genommen, weil man an einem Freitag, den 13., kein Schiff taut. Und weil wir von vornherein wussten, dass das Fußballspiel heute Abend völlig unbedeutend für die Deutschen ist. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das heute. Denn wer will denn schon Brasilien gegen Kroatien? Das ist das erste Schiff, das wir bottom-up entwickeln durften. Es ist das erste Schiff, bei dem wir von dem ersten Pinselstrich bis zum letzten, der heute Mittag noch stattgefunden hat, Wohlfühlen erzeugen durften. Und Sie alle, das erste Schiff, das einen Pool hat, das mehr ist als nur ein Kommunikationszentrum. 25 Meter Länge. Mit Wasser. Das muss man sich mal vorstellen. Man kann hier schwimmen. Dieses Schiff haben wir gemeinsam in den letzten vier Jahren entwickelt. Und dann in einer Rekordbauzeit, vom ersten Startschnitt bis zur Übernahme in 16 Monaten gebastelt oder gebaut. Der ganze Crew und Kapitän Holm und der Crew von der Mein Chef 3, vielen Dank für das großartige Arbeit, das wir haben getan, mit dem Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist mein Leben, du bist die Stelle, auf die ich kann. Du bist mein Leben, du bist die Stelle, auf die ich kann. Du bist ein Phänomen, du manchmal unbequem. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht, fallen meine Arten der falschen Geharrt. Oh, atemlos, schön und frei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Wissen. Bei den Schiffen 1 und 2 gibt es unglaubliche Zufriedenheitswerte bei den Kunden. Also die kommen alle auch wieder auf die Schiffe. Dementsprechend brauchen wir auch mehr Ruten. Mr. Fade ist Sau, er sagt ganz besonderes Schiff, mit ganz vielen besonderen Bereichen. Und Sie werden das ja alle auch noch erleben, nachher auf der großen Feier und dann auch auf der ersten Fahrt. Yes, actually I was going to complain to Richard Vogel, because the one problem that I got when I left home was I had so many people asking me to get her autograph, that I had to stop talking to people. Really? Das ist eine besondere Ehre. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, was ja hoffentlich in den nächsten Jahren jetzt so vielen Menschen Freude bereiten wird. Und ich habe ja auch eine eigene Idee, eine Fischer, so wie gut, und, und, also sind jetzt so viele Sachen dazu. Beruhig, da frage ich Herrn Holm noch, der nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum hat. 50 Jahre auf den Meeren dieser Welt. Auch das ist mit Sicherheit ein riesiger Applaus wert, Herr Holm. Du schönes Schiff, ich wünsche dir deine Besatzung und deinen Gästen. Allzeit gute Fahrt, stets eine glückliche Heimkehr. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ich taufe dich auf den Namen Mein Schiff 3! Ich scheef auf die Tür. Applaus 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 Wie sind Sie für die jetzt als frischgebackene Tauchpartner? Ich fühle mich großartig. Vor allem jetzt fällt mir die große Last ab und bin sehr, sehr herzlichen, dass die Flasche auch kaputt gegangen ist. Jetzt kann ich zerschehen. Right in the middle, Herr Vogel! Applaus Applaus Ja, ich weiß, aber da hätten Sie jetzt viele. Kurz noch ein Kettchen. Es glänzt wie verrückt. Applaus So, dann haben wir einen Rückenlehne. Wir haben den Flaschenhals mit Porken jetzt doch gefunden. Und können das präsentieren, denn das ist natürlich auch ein guter alter Brauch. Tauf ist sozusagen nur gelungen und vollzogen, wenn man das auch findet und dann der Tauchpartner überreicht. Ja, herrroll! Applaus Applaus Ja, willkommen! Applaus Hey, Jonas! You're looking good! Wunderbar, wu? Ich kauf mir auch so'n Ding! Applaus From Trey Cruises! Sehr leile! Applaus 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 Es sind heute ewig tausend Bestgefühle, denn alles, was ich will, teile ich mit dir. Wenn das Video gefallen hat, dann Daumen hoch klicken und den Kanal Kreuzfahrt 3D abonnieren. Ihre Buchung auf kreuzfahrt-3d.de unterstützt unser Projekt. Amen.